Wir brauchen Gas als Motor in der Wäscherei, also als Gas brauchen wir als Prozesswärmequelle. Entscheidend für den Gasmarkt war es sicher, dass wir einerseits schon die Fahrer vom Strommarkt hatten und verstanden haben, dass Primero auch den nationalen Anspruch hat, also die ganze Schweiz abdecken. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Schwobage als sehr traditionelle bei Familienbetrieben der Innovationsgedanken auch weiter treibt. Ich kenne die Geschichte von der EBM zur Primero Energie und ich weiss, was da für ein DNA im Unternehmen ist und das passt sicher gut. Primero Energie kann eine Lösung bieten für die Zukunft im Zusammenhang mit dem CO2-Gesetz. Die Schwob AG und die Primero Energie AG konnten eine sehr gute Symbiose generieren. Ich freue mich im Gasgeschäft, wir konnten profitieren aus dem Vergangenen. Bereits Berührungspunkte, die wir mit ihnen hatten. Der Schritt hat sich gelohnt, weil wir einerseits die Rechnungen sehen und sofort erkennen, dass es wirklich ein Preisvater ist. Grundsätzlich kann jeder in freier Gasmarkt, der ist nicht gebunden. Wir empfehlen eigentlich so ab einem Verbrauch von 100'000 Kilowattstunden pro Jahr, das mit gemeinsamen Situationen anlögt.